Das Besondere ist einfach, dass Aachen letztendlich irgendwie für den gesamten Reitsport, natürlich sowieso an erster Stelle für den Springsport, aber für den gesamten Reitsport, dass das Mekka schlechthin ist. Das heißt, dass sich die Hot Volet im Sport hier jedes Jahr in Aachen trifft in der Woche und dass in einem außergewöhnlichen Stadion mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre eben Jahr für Jahr hier Top-Leistungen abgeliefert werden. Und da dann mal vorne dabei zu sein, das ist eine besondere Herausforderung, ein besonderer Kick.